ja leider Prozent was ist da oben irgendwas muss doch da so also zuerst wissen vorgestellt gut kann als gezählt in mir jetzt kann ich natürlich auch keine doch kann ich sehr schön lettertime fick dich ganz ehrlich wenn ich dann noch sein scheiß schwulen smiley sehe bitte oh komm danke weißt du manche Stellen kann ich so super machen aber zum anstellen sind einfach nur zum kotzen nee 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 was ja was ich hab mich gerade gewundert wo die Leiter auf einmal war auch fall doch da jetzt nicht runter Mensch wenn ich mir jetzt vorstelle ich müsste es machen ich wo ich spiele kann mein kopf und so aber ich will nicht auch ja auch viele viele vierteile Stunde hat auch hier da auch schon wieder an diese blöden Tür gedacht ne hat er nicht hat nicht richtig aufgepasst egal ich werde sowieso dann hier glaube ich ich glaube er wollte okay so wollte er von uns egal ja so etwas aufpassen Prozent was jetzt noch da oder noch da ich habe Bock noch da zu springen ich komme auch noch da deswegen nur hier ist nix ich hasse diese Map das kannst du dir nicht vorstellen easy doch hoho ich hasse sie gerade echt so sehr ach komm bevor wir jetzt hier wieder Stunden sitzen wir sitzen jetzt schon wieder alleine 16 Minuten an diesem Part deswegen ich meine die Leute haben doch gesehen dass ich es schon einmal geschafft habe da soll sich jetzt keiner drüber aufregen wenn ich da jetzt echt mal hier so ein bisschen abkürze also sie wird meine meinung nehmen wir eine andere meinung ja erzählt immer dasselbe so ja ja zum baum mit treppen leitern schon ja ja das meine ich ja ja das meine ich ja es wiederholt sich einfach auch allein dass du die ganze Zeit um diese Bäume springst mit Leitern das hat er jetzt hier in jeder Map eigentlich gebracht ähm außer jeder Map solchen in jeder Challenge außer halt äh in der ersten wir gehen aber jetzt langsam echt die Leitern aus warum kann ich da nicht hoch äh warum komme ich da nicht hoch sag ich schon äh runter weil er will sich nicht festhalten da ist dieses scheiß Blatt im Weg hast du am Blatt ich weiß dass ich mir das jetzt so ganz einfach machen könnte wenn ich jetzt einfach oh warum aber wir wissen okay es ist möglich so rüber zu kommen immer hin ja total schön so was wäre jetzt von uns ach wir sollen nochmal diesen scheiß machen so wohin geht's haha jetzt geht's wieder ja ich muss ganz kurz hier gucken ach scheiß Regen dann guck mal dahinter ist eine Kiste doch ich glaube ich soll noch da unten oder nach da nicht so da ich komme noch dann eigentlich nur von hier oben dahin oder so vom rein logischen guck mal wenn ich hier oben bin komme ich auch da hinten ist auch eine Kiste da muss man doch auch noch irgendwie hinkommen hm das Ding ist wenn ich jetzt hier runterfalle darf ich den ganzen scheiß normal machen ha guck mal ich will diese scheiß Kiste haben du es nicht schlimm ist es leckt grad so extrem dann warte bis ich aufhört mit lecken ja würde ich machen können ja pfff naja ich habe ja sowieso hier vorne schon meinen Cheat Punkt äh wie gesagt wirklich sowas von scheißegal was grad die Leute äh zu meinen cheaten hier sagen da ich das jetzt zu oft mache ist mir wirklich grad relativ ach ja wenn ihr findet dass ihr es zu oft macht schreibt es in die Kommentare jeder der es reinschreibt wird geblockt haha Scherz nein er kriegt von mir persönlich einen Daumen runter bei allen seinen Videos von mir auch okay äh dann haben sie schon mal zwei Daumen runter das ist doch schon mal viel wert oh ja komm schon ich könnte kotzen weil wir sind jetzt schon wieder 20 Minuten hier dran und ich weiß noch nicht mal in welcher Stage wir jetzt grad sind und wie viele es überhaupt noch sind ich könnte kotzen wir sollten uns übergeben so ganz einfach oder ganz einfach oder oder ja wie komm ich da hoch zu diesem so komm ich da ran so ach jetzt kommt diese Stelle jetzt kommt diese schöne Stelle ha 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 ja ich könnte kotzen ganz ehrlich es macht grad echt gar keinen Spaß mehr Autsch das tat ihm auch noch weh mir läuft grad ganz ganz leise im Hintergrund die Musik von Minecraft die wird man aber am Ende nicht hören auch jetzt hört doch mal auf mir die ganze Zeit hier Nachrichten über WhatsApp zu schreiben ich hab grad sowieso keine Zeit zum Lesen du kannst nicht lesen das kommt noch dazu ich war drauf ich war drauf ich hab's gesehen auch jetzt auch noch ey der Typ will mich doch verarschen er will mich verarschen ey ach was welches sind wir jetzt hier eigentlich gewesen hast du sie angeguckt nein ich hab mich nicht gehen ich hab zwei geguckt aber nicht aufgekommen da sind Schild steht's drauf wenn wir jetzt auf diese Treppe kommen können wir es vielleicht sogar schon lesen sind weil sie du A wir kommen aber nicht auf diese Treppe doch kommen wir ja komm ich kann es nicht erkennen äh ich auch nicht sieht aus wie 5.8 oder 5.6 ja ich hasse sowas habe ich dir schon gesagt Props an Haus Props 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 Hallo Props meine Fresse ey meine auch da hat gekloppt bei dir nein ich bin mit meinem Fuß gegen Heizung so gegen gegen die Eisenrohre ja so und da kriegen wir dann Punkte ah das ist also jetzt gerade das letzte oh Gott sei Dank aber ich schaff's trotzdem nicht aber ich glaub ich kann hier cheaten oder ne schaff ich nicht weil ich ja nicht von Lian abspringen kann leider ja so Props Props ich finde es jetzt voll lustig komm diesen Rest hier will ich wenigstens noch richtig schaffen ich drücke dir dann schon macht er keinen Doppelsprung ey ja es ist aber wirklich so behindert gelegt worden von Notch dass man halt diesen Doppelspr- äh diesen Sprint auf Doppel-W drücken äh hat ja es ist wirklich so was von behindertes haben schon so viele an ja angeprangert aber er ist wirklich so echt ja glaub ich schon das ist echt der letzte Scheiße so ein schönes Spiel eigentlich ich war doch drauf ich war drauf ich bin auch drauf oh Leiter du schläfst mich an ja tut mir leid ich kann auch nichts dafür bitte es ist doch immer das gleiche vor allem da vorne ist das Ziel verdammt ey ich muss nur noch darüber kommen dann habe ich es geschafft das ist doch unmöglich als nur möglich ja das lustige ist es ist unmöglich wenn du nicht mal den Sprint hinkriegst und noch nicht mal weißt warum er ihn nicht macht jetzt macht er aber jetzt habe ich ein Leck dabei gehabt es ist geil es ist sowas von geil gerade geil kein ich kann meine Freude gar nicht mehr in Worte fassen warte ich kann es doch scheiße scheiße ist das überhaupt möglich sei mal ganz ehrlich ja es muss möglich sein guck mal du bist so übel Leute wenn jetzt noch ein Stück Leute wenn ihr das schon geschafft habt oder wenn ihr meint es ist machbar macht mir eine Videoantwort ich warte drauf ganz ehrlich er küßt euch danach auch ich habe am Ende geschietet ich habe den letzten Sprung nicht hingekriegt das Congratulations you finished challenge 5 well done wir uns fehlt immer noch irgendwo versteckte Truhe die Suche nein irgendwo fehlt uns noch einer ich habe eine Vermutung wo sie sein könnte da oben weil es ist halt nur noch nicht wie wieder hoch kommen soll man kommt da irgendwie wirklich hoch zur Not bauen wir uns leid ja klar wir haben ja noch 17 aber ich gucke auch mal so nach ob die hier vielleicht doch noch irgendwo anders ist nö 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 zack da haben wir sie aber wir haben ja noch was ich jetzt äh gesehen hatte einer fehlte uns auch noch um der ersten Challenge ansonsten haben wir alle versteckten Diamanten würde ich sagen suchen wir die noch der Part ist jetzt zwar schon über Länge ist schon wieder richtig auf Crash Bennicode Warp Niveau von der Länge her 26 Minuten bzw. 27 ist aber auch egal ist aber auch egal ich mache jetzt nicht noch einen extra Part nur um mal ganz kurz zu zeigen wo der eine Diamant ist äh äh m m m m m m m die aber es ist nicht um das was mache ich bau jetzt mal ganz kurz blöcke ab hatten bestimmten hintergrund erkläre ich auch gleich zimmer wirst du gleich sehen also leute mich nicht dafür hassen hatten grund das ging gut so stets 1 nur schon merken ich habe gerade eine richtig geile idee bekommen ein glück so und dahinten so die anderen so hier muss auch noch eine sein mann 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 sieben wir jetzt noch mal ganz kurz stage 1 und war es schon eins machen blöd bin es gibt diese checkpoints oder auch leitern irgendwo noch kiste sein wir gucken einfach mal hier unten ob hier irgendwo da haben wir so ist sehr schön wir sagen haben wir jetzt schon mal alle diamanten gefunden 28 stück insgesamt oder warte mal gab es nicht noch mehr ja wir müssen mal ganz weiß nicht er hat ja das war auch hingeschrieben wie viele diamanten es derzeit gibt oder ja ich bin mir zwar nicht mehr sicher wir gucken einfach mal nach hohe auch eine geile idee gewesen oder oh ja naja da dann und dann haben wir jetzt auch gerade die 29 minute schon geschafft so 28 die um die das haben wir es gibt 29 stück und näher es ist mir scheißegal so dann kann sie jetzt schon vorstellen was ich vorhabe nein ah manche leute können sich das bestimmt jetzt gerade schon vorstellen names of youtubers who played my map thanks und addedLP hat sie auch gespielt oh yeah gut leute würde ich sagen haben wir die folter endlich überlebt ich sage danke fürs zuschauen auch wenn es am ende dann doch nicht ganz so schön mehr war ähm ich hoffe ihr hattet trotzdem euren spaß auch wenn ich sehr viel gespielt habe die easy hat das ja eigentlich alles noch schön mit ja kommentiert mein versagen und so weiter gut leute vielleicht dann sage ich nochmal danke an easy und danke nochmal an euch dass ihr zugeschaut habt bis deine leute tschüss 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 tschüss